Was machen wir jetzt? Das! Das Störssignal ist weg. Transporter können wieder vollständig operieren. Transporter-Kontrolle wieder aktiviert, Sir. Check auf Gravitationssensoren, Check. Ich will wissen, was die mit dem Planeten machen. Aye, Commander. Ah, Captain. Entschuldigung, Captain. Der Bohrer wurde sabotiert, Sir. Aber wir hatten den Kern bereits erreicht. Rotematerie abschießen. Kirk an Enterprise. Wir haben was auf dem Planeten abgefeuert. In das Loch, das Sie gerade gebohrt haben. Verstehen Sie mich, Enterprise? Ja, Sir. Wir analysieren wieder. Ich bin wieder einsatzbereit. Captain, die Gravitationssensoren zeigen seltsame Werke an. Wenn meine Berechnungen korrekt sind, erschaffen Sie da eine Singularität, durch welche der Planet verschlungen wird. Die erschaffen ein schwarzes Loch im Zentrum von Vulkan. Ja, Sir. Wie viel Zeit bleibt dem Planeten? Minuten, Sir. Minuten. Benachrichtigen Sie Vulkan-Oberkommando. Sie sollen den Planeten evakuieren. Alle Kanäle, alle Frequenzen, Standardorbit beibehalten. Ja, Sir. Wohin wollen Sie? Ich evakuiere den Obersten Rat. Seine Aufgabe ist es, unsere Kultur zu schützen. Auch meine Eltern werden sich dort befinden. Kann man Sie nicht rausbiehen? Unmöglich. Sie werden sich im katrischen Schrein aufhalten. Ich muss Sie selber holen. Chekhov, Sie haben die Brücke. Aye. Aye. Kirk an Enterprise. Beam Sie uns hier raus. Bereithalten. Ich erfasse Ihr Signal. Bohra rausholen. Wir ziehen uns zurück. Ja, Sir. Bohra raus. Ich kann Sie nicht erfassen. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Halt! Sulu! Sulu! Festhalten! Ich hab Sie! Resten Sie meinen Fallschirm! Wir fallen hier ohne Schirm. Lieben Sie uns drauf! Ich versuch's ja, aber ich kann hier Signal nicht erfassen. Sie bewegen sich zu schnell. Ihr könnt das. Ihr könnt das. Übernehmen Sie die Brücke. Es wird größer. Wenn wir nicht verschwinden, erreichen wir den Mindestsicherheitsabstand nicht. Weg, 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 weg. Ich kann das. Ich kann das. Weg, weg, weg. Schnell. Manuelle Kontrolle. Ich kann sie erfassen. Weg, sieh uns raus! Enterprise, wo seid ihr? Sekunde, Sekunde, Sekunde. Jetzt, jetzt, jetzt. Tun Sie's jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Okay, okay. Sekunde, Sekunde. Kompeziere die Anziehungskraft. Erwischt. Oh! Oh! Yo, Mario! Danke. Kein Problem. Machen Sie Platz. Ich beame auf die Oberfläche. Die Oberfläche von was? Wie, Sie wollen da runter? Sind Sie verrückt? Spock, das können Sie nicht tun! Energie! Spock! Die Oberfläche von stoßen. Sparke! Der Planet hat nur noch Sekunden. Wir müssen evakuieren. Jetzt, Mutter! Spock an Enterprise, holen Sie uns aus sofort! Verfassung umgeben! Nicht bewegen! Bleiben Sie, wo Sie sind! Ich verliere Sie! Ich verliere Sie! Ich verliere Sie! Nein, ich hab Sie verloren! 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 Ich versuchte Sie! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020